Meine Freunde, erst mal wunderschön, dass ihr draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute mal wieder mit einem Transfer-Update auf einer anderen Art, würde ich sagen. Das ewige Warten, zum einen Navicator, der Fall zieht sich und zieht sich. Ich habe gerade eben schon einen Artikel gelesen gehabt, der wahrscheinlich längste Rauswurf aller Zeiten oder der Werder-Geschichte. Ja, so kommt es irgendwie einem vor, kann man so sagen. Späte Werder-Abgänge, darüber müssen wir sprechen. Thema Clemens Fritz und vor allen Dingen auch Marvin Duxch, der ja dazu gesagt hat, ey, wenn am 28. jemand kommt und viel Geld bietet, dann wird Werder wohl nicht Nein sagen. Und damit natürlich auch so ein bisschen die Aussage von Werder, ja, ich sage mal, angekreidet, die ursprünglicher war, wir werden keinen Last-Minute-Abgang mehr haben. Sowas wie mit Niklas Willkow passiert nicht. Aber auch da gab es heute, oder beziehungsweise hat Clemens Fritz eine Erklärung drauf gehabt. Und die schauen wir uns eben auch an. Ich bin super gespannt, was ihr zu den Themen zu sagen habt. Schreibt es gerne unten mal rein. Lasst gerne einen Däumchen da oben da, wenn ihr denn mögt, gerne auch ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und schauen uns als allererstes mal die Umfrage von gestern an. Da geht wahrscheinlich jetzt ganz kurz einmal das Intro an. Jo, da geht kurz das Video an. So, und dann schauen wir uns einmal als allererstes die Umfrage von gestern an. Ich habe euch ja gestern gefragt, welches Sturmdu stand jetzt? Also, das ist auch ganz wichtig, wenn Marvin Duxch geht und es kommt nochmal ein anderer Stürmer, sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Aber Stand jetzt, welches Sturmdu würdet ihr am ehesten oder am liebsten sehen zur neuen Saison? 2.000 Leute haben abgestimmt, 56% sagen Top und ein Jimmer, 20% Duxch und Top und 14% ein Jimmer Duxch. Ihr seht hier alle Ergebnisse eingeblendet. Ich habe euch gestern schon mal gesagt, nachdem 200 Stimmen da waren, dass das meistens bei 1.000, also nach den ersten 100 Stimmen, diese Abstände siehst du dann und die sind meistens sehr gleichbleibend dann. Es ist sehr selten, dass sich was richtig tut, also nochmal komplett in eine andere Richtung geht. Das ist meistens dann wirklich so für ein Meinungsbild. Ja, wenn eben viele Leute dann auch abstimmen. Ja, dann kommen wir erstmal zu Nabi Kater. Diese ganze Nummer ist ja schon wieder verflucht. Nabi Kater, man wollte Anfang der Woche eine Entscheidung haben. Man hat, also es war ja eigentlich öffentlich, es wird einen Krisengipfel geben. Das gab es auch. Es sind auch Videos und Fotos von Nabi Kater aufgetaucht, wo er aus dem Stadion rausspaziert. Sah da gar nicht mal so glücklich aus. Ja, und jetzt kommt auch so ein bisschen das raus, was man schon so ein bisschen gedacht hat. Wahrscheinlich hat man sich eben noch nicht geeinigt. Und das ist auch derzeit der Fall. Jetzt kannst du das kurz spekulieren anfangen. Zum einen, woran liegt es jetzt genau? Es ist eigentlich so, ja, ich will jetzt nicht sagen öffentlich bekannt, aber es ist schon die klare Tendenz, dass der Vertrag mit Nabi Kater aufgelöst wird. Und ich denke, dass Nabi Kater mit dieser Vertragsauflösung nicht so einverstanden ist, beziehungsweise dann eben auch das Geld haben möchte, was ihm laut Vertrag dann zustehen würde. Denn bei einer Vertragsauflösung, sowas wird ja vorher reingeschrieben, erhält dann der Spieler die und die Summe. Also man muss sich dann eben einigen. Und Werder wird das wahrscheinlich nicht bereit sein zu zahlen. Was ich auch absolut verstehen kann. Denn ja, na klar, hat Nabi Kater auf viel Gehalt verzichtet, um zu Werder zu kommen. Aber diese Geschichte ist für uns alle ganz anders ausgegangen, als wir dachten. Auch für Nabi Kater, aber eben auch für Werder Bremen. Und da muss man auch einfach den Verein verstehen, dass man da, also wenn es jetzt so ist, es ist jetzt viel Spekulation, das möchte ich auch nochmal ganz viel sagen, Spekulation jetzt hier gerade, keine heißen Infos, sondern wirklich Spekulation. Wenn es aber eben so ist, kann ich den Verein absolut verstehen und hoffe, dass Nabi Kater sich da wirklich noch mit Werder einigt, dass man eben dann den Vertrag auflöst und dahinter ein Haken machen kann, ein Häkchen machen kann. Weil ich glaube, dass das beiden Seiten auch nicht gut tut, wenn da ewig und drei Tage noch zehn Artikel kommen und dann immer noch hin, her und weiß ich nicht. Das kann keiner wollen. Plus man muss auch sagen, wahrscheinlich will Werder das Gehaltsetat auch ein bisschen weiter frei machen, weil man ja eben nicht nur auf Nabi Kater wartet, sondern auch auf einige andere Abgänge, die derzeit auch noch nicht der Fall sind. Und da kommen wir dann auch zu der Nummer, um die wir uns auch kümmern. Erstmal zu der Aussage von Marvin Dux, die Zitat folgt war, wenn am 28. August ein sehr gutes Angebot für mich eingehen wird, glaube ich nicht, dass Werder Nein sagen wird. So, und da hat jetzt Clemens Fritz Zitat gesagt, wir werden aber nur jemanden so kurz abgeben, wenn wir auch einen adäquaten Ersatz haben. Also darum geht es eben so. Und dass man sich dann, im Fall der Fälle, darüber mehr Gedanken machen müsste, ist auch vollkommen logisch. Ich kann auch verstehen, dass man vorher die Aussage gemacht hat, dass man sowas nicht nochmal haben will, wie mir Niklas Vöhl guckt. Aber es gibt natürlich Umstände, die einen immer irgendwie ins Gedankenkarussell bringen lassen. Deswegen finde ich es ja auch immer so schwer, wenn dann einige Leute reinschreiben, ja, aber Nico Clemens Fritz oder auch die letzten Jahre, Frank Baumann hat doch gesagt, das Gleiche wie dieses, ja, es kommt keiner mehr und am Ende kommt dann doch nochmal jemand. Oder es wird sich nichts mehr bei uns tun. Am Ende geht Füllgut und es kommt nochmal Bore. Sowas sind Sachen manchmal in der Transpferde, kannst du es gar nicht voraussehen. Das heißt, dass wirklich nichts, nichts passiert, sehen wir erst dann, wenn am Deadline-Day das Ganze zu ist. Und selbst danach könnte noch ein ablösefreier Spieler kommen, aber das ist jetzt wieder sehr viel Spekulatius dabei. Was aber klar ist, dass eben noch der eine oder andere Spieler gehen sollte. Und hier haben wir eine wirkliche Liste. Wenn man eben das Ganze mal durchgeht. Zum einen haben wir ein Fragezeichen bei Milos Welkerich, der seine eigene Zukunft ein bisschen offengelassen hat, durch eben verschiedensten Aussagen. Vor allen Dingen haben wir aber auch, und darauf kommen wir erst mal zu rechnen, ein Salifu. Salifu, der eigentlich mehr Spielzeit braucht, der eventuell auch als Leihkandidat gilt. Derzeit immer noch ein Werder-Kader, derzeit aber immer noch ein Spieler, der eventuell abgegeben wird. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Leon Opel soll definitiv verliehen werden. Viel mehr Spielpraxis. Auch hier ist er immer noch in Bremen. Da sind wir schon bei zwei Transfers. Dann geht es weiter mit Transfer Nummer drei. Nankishi. Das sind alles übrigens Leute, die auch durch so eine Laie vom Gehaltsetat erst mal gestrichen werden sollten, damit Etat frei ist, um eben wieder weitere Transfers zu machen. Das Gleiche geht dann eben auch für Oliver Burke. Auch hier geht man schwer von einem Abgang aus, oder er soll auch eigentlich gehen. Aber auch hier gibt es derzeit keine Abnehmer. Transfer Nummer vier. Und Transfer Nummer fünf. David Kovnacki. So, das sind alles die Transfers. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wo man eigentlich davon ausgehen kann, die von Werder-Seite aus sollen eigentlich alle fünf gehen, aber derzeit hört man nichts. Das heißt, in den letzten, was haben wir denn, drei, dreieinhalb Wochen, Pi mal Daumen, müssten eigentlich noch mindestens diese fünf gehen. Und da haben wir noch keinen Spieler, der wirklich richtig Geld in die Kassen spielt. Das heißt, ein Transfer, wo auch noch wirklich Kohle in die Kassen kommt, kann auch noch dazukommen. Plus ein Habikater. Deswegen können bei uns die nächsten drei, vier Wochen nochmal richtig Fahrt aufkommen, gerade in Bezug auf Abgänge. Weil, wenn diese Spieler eben auch gehen und man da Gehaltsetat frei kriegt, dann auch wieder ein Stein ins Rollen kommt und man selber tätig werden kann. Ich gehe davon aus, dass derzeit einiges auch davon abhängt, dass man eben erstmal den Gehaltsetat schmälern muss, um wirklich was machen zu können, was das Gehaltstechnisch angeht. Ich glaube, Ablösetechnisch kann man auch jetzt gerade noch handeln, auch aufgrund des strategischen Partners. Aber eben, man wartet auf diese Spieler. Dann kommen eben Spieler in Frage, die auch nochmal diese gewinnbringenden Transfers sind, also die wirklich Geld auch in die Kasse spielen müssen oder können. Was Werder auch braucht, das muss man dazu sagen. Und da haben wir zum einen eben Marvin Duxch, vor allem nach den Aussagen von gestern, also ich gehe immer noch weiterhin davon aus, dass wenn das alles passen wird, dass Marvin Duxch gehen wird, auch wenn wir hier noch warten müssen. Aber das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung für deutlich mehr Kohle in den Werder-Kassen. Und danach wird es schon spannend. Wer sollte es sonst werden? Eventuell Milos Veljkovic, wenn da wirklich jemand kommt und sagt 6 Millionen, könnte auch eher ein Spieler sein. Und dann eben über die Anzahl der, Entschuldigung, über die Anzahl der anderen, Burkow-Natski und so weiter, dass man da ja auch dann auf das Transfer-Einnahme-Ziel kommt, was man sich vielleicht erhofft. Aber alles in allem bleibt es derzeit ein großes, großes Warten. Es ist so. Man kann es auch gar nicht schönreden. Es ist für mich persönlich einer, mag jetzt jemand auch anders sehen, man muss ja auch sagen, dass wir wichtige Vertragsverlängerungen hatten, gar keine Frage. Das finde ich, sollte man bei sowas auch erwähnen. Aber für mich ganz persönlich ist das einer der langweiligsten und der eigenes armsten Transferperioden der letzten 5, 6, 7 Jahre vielleicht, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Es gab eine Saison vor dem Abstieg noch, wo es auch mal so sehr, sehr wenig gab. Das heißt aber auch vor allen Dingen etwas anderes, das muss man ja auch nochmal mit reinbedenken. Es ist ein maximales Vertrauen auch von Clemens Gritz, Peter Niemeyer und Ole Werner in den Kader. Das heißt, der Kader selber ist auch extremst in der Bringschuld, wenn das nämlich am Ende nicht funktioniert, dann ist hier richtig was los, weil man setzt brutal auf eben die eigenen Stärken, auf den eigenen Kader. Man möchte eigentlich alle beisammenhalten bis auf 1, 2, wo man eben sagt, okay, die könnten wir austauschen und dann verstärken. Aber es gibt eben keinen größeren Umbau oder sonst was, sondern man setzt auf das, was man hat und will sich spezifisch, positionsspezifisch verstärken noch. Ja, das heißt, der Kader ist eben in der Bringschuld und wenn das am Ende nicht funktioniert, dann müssen all diese Entscheidungsträger auch hinterfragt werden. Das sollte auch jedem klar sein, wenn man eben darauf baut oder darauf bauen möchte, dass dieser Grundpfeiler hier komplett so steht, dann muss dieser auch funktionieren in der Saison jetzt. Und wir haben nur noch ein Testspiel, das ist am Samstag. Danach geht es eben schon los in die Vorbereitung für den DFB-Pokal, der eine Woche später stattfindet. Und dann haben wir schon die Bundesliga wieder. Also es geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Meine Freunde, ich bin jetzt erstmal raus. Das war jetzt mal ein kurzeres Update-Video wieder zu diesem Transfer. Chaos, Karussell, Naby Keita und so weiter und so fort. Ich weiß, das Thema, sind wir alle so ein bisschen leid mit Naby Keita. Ich würde mich auch jetzt am liebsten hinstellen und sagen, ey Nico, ey Nico, genau. Ey Leute, ich habe hier einen neuen Spieler zu präsentieren. Kann ich derzeit noch nicht. Ich hoffe, dass das sich bald ändert. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Lasst gerne nochmal ein Däumchen da oben da, gerne ein Abo da lassen. Ich bin raus, euer Nico und ciao.